Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin bei 65.600 US-Dollar. Wir haben unser übergeordnetes Ziel erreicht, wo wir gestern im Nachmittag-Video drüber gesprochen haben. Seitdem auch jetzt hier, ihr seht schon, Short-Position aktiv. Wir haben ja noch die Long-Position offen, deswegen erstmal kein Stress. Wir wenden uns jetzt kurz und knapp, weil ich echt wenig Zeit habe heute. Ganz kurz Bitcoin angucken, ganz kurz die anderen merken, ob sich irgendwas getan hat und wie wir jetzt weiter vorgehen. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Bevor wir wieder starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe rein schauen, wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Die Links dazu findet ihr kostenlos, wie immer unten in der Videobeschreibung, beziehungsweise in der Kommentarspalte. Und wenn ihr noch eine Börse sucht zum Traden, wo ihr das alles traden könnt, was wir hier auch besprechen, kann ich euch nur meine Partnerbörse Bingix empfehlen. Gibt wieder ordentlich Boni abzustauben. Außerdem, ja, wie gesagt, könnt ihr alles dort traden, Spot kaufen, Staking, alles betreiben. So, jetzt aber rein in die Analyse, wie gesagt, Bitcoin bei 65.600 US-Dollar. Wir haben gestern darüber gesprochen, dass so das Maximalziel für mich hier oben diese Kante bei 65.500 US-Dollar ist. Wir sind sogar noch mal ein bisschen höher gekommen bis auf 66.500 US-Dollar. Ist aber nicht wirklich schlimm. Damit haben wir diese Hochs hier von Ende September sogar noch mal rausgenommen und die Liquidität damit auch mitgenommen. Deswegen sieht es jetzt gar nicht so verkehrt aus. Auch wenn wir minimal jetzt drüber sind, Short-Position bei mir läuft jetzt erst einmal. Und das erste Ziel wird hier wahrscheinlich dann erst mal so die 64.500 US-Dollar sein. Sollten wir hier durchbrechen, also hier diesen Retest möglicherweise scheitern, da können wir uns auch gleich noch mal das kleinere FIP-Level dazu ziehen. Von unserem letzten, ja, Pump-Beginn bis zu unserem Top. Sehen wir, wer dann nächstes Ziel 63.700 US-Dollar ist. Und wenn es dann tiefer geht, dann kommen wir auf die Level, die wir gestern darüber gesprochen haben, in Richtung 62.000 bzw. 62.400 US-Dollar. Und da haben wir ja gestern schon das FIP-Level einfach mal so gezogen. So grob sollten wir ungefähr diese Marke hier oben erreichen. Da sehen wir jetzt auch, okay, 0.5er passt hier auch perfekt so ziemlich mit der Heatmap, die wir uns gestern angeguckt haben. Das Golden Pocket liegt jetzt genau hier unten in der Ineffizienz drin. Nicht so schlimm. Wie gesagt, man kann das Golden Pocket auch mal kurzzeitig durchstoßen. Also vom groben Plan her, wie wir das gestern so besprochen haben, passt es auf jeden Fall. Meine Short-Order ist jetzt auf jeden Fall erst einmal getriggert. Und wir warten jetzt einfach mal den weiteren Tag hier ab. Ich glaube nicht, dass wir jetzt direkt Richtung 70k schießen. So eine kleine Zwischendampf wäre jetzt ehrlich gesagt nicht verkehrt. Ich würde den ersten Tag Profit auch hier schon nehmen bei 65.000 bzw. 64.700 US-Dollar. Erste kleine Tag Profits nehmen. Stop-Loss-Entry, damit das ganze Ding abgesichert ist. Die Long-Position zu verdoppeln, werden wir wahrscheinlich dann erst hier unten entweder bei 260.400 oder 61.500 US-Dollar machen. Irgendwie da um den Dreh herum. Ansonsten habe ich euch ja gestern noch gesagt, die Therium. Ich bin hier nicht Short gegangen. Andererseits haben wir hier komplett die Ineffizienz gefüllt. Aber mir war dieser Pump gestern, das sehen wir mal auf einem 1-Stunden-Timeframe, einfach zu brachial. Und jetzt die letzten Stunden, diese Akkumulation heute Nacht erst, diese kleine Barrage-Divergence, das war mir ein bisschen zu riskant. Deswegen bin ich hier nicht rein, auch wenn ich jetzt sagen würde, okay, hier die 2,6% sind noch viel und nach jetzigem Stand 3,3%. Das ist mir einfach zu viel, um jetzt hier in irgendeine Short-Position zu gehen, vor allem weil wir keine Hedge-Position aufhaben. Da hätte ich mir dann lieber heute Nacht diesen Entry gewünscht, weil da seht ihr selber, wären es nur noch 2% gewesen, jetzt einfach 3,5% Risk hier reinzugeben. Nur um einen Short-Entry bei Ethereum zu bekommen, ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu viel. Ansonsten Gold, keine Änderung. Wir befinden uns hier weiterhin ehrlich gesagt immer noch auf Plan, auch wenn es hier leicht runterging. Keine Änderung. DAX Long-Position läuft weiterhin. Auch hier haben wir jetzt unser Top bekommen. Also hier wird sich heute wahrscheinlich dann im Laufe des Tages eine Short-Position ergeben. Da werde ich euch auf den Laufenden halten. Also hier warte ich noch auf das Opening, beziehungsweise halt auf die Eröffnung vom Kurs. Ansonsten perfektes Doppeltop. Wir haben die Bearish Divergence, die wir gestern besprochen haben. Also auch hier läuft alles erst einmal nach Plan. Wird wie gesagt weitere Infos dann in der Telegram-Gruppe im Laufe des heutigen Tages dann erst einmal geben. Und ansonsten last but not least kurzes Update. Wie gesagt Euro läuft weiterhin, aber wie gesagt ich bin hier noch nicht ganz zufrieden. Das ist immer noch so meine Wackelposition. Ich rechne auch ehrlich gesagt damit, dass diese möglicherweise noch ausgestoppt wird. Oder wir werden hier nochmal den Stop-Loss etwas anpassen. Ansonsten wie gesagt gibt es hier wirklich viel zu sprechen. Wir haben alles gestern Mittags im Krypto-Update gesprochen. Bitcoin ist jetzt das Wichtigste. Wie gesagt 64.000, äh 65.400 US-Dollar. Ich werde dann bei ungefähr 65.000 Dollar Profite nehmen. Sicherheit geht jetzt erstmal vor in solchen Phasen. Vor allem nachdem wir gestern diesen Hype hatten. Und ja, deshalb war es jetzt erstmal zu meiner Stelle. Ich würde mich trotzdem über ein Like und ein Abo freuen, auch wenn es ein relativ kurzes Abo ist. Aber wie gesagt, wenn es nicht mehr zu erzählen gibt, kann ich euch nicht mehr erzählen. Und ja, dann war es das von mir. Ich wünsche euch einen schönen Start in den Tag. Lasst es euch gut gehen. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer. Stay Crypto. Jetzt kommt rein.